Hallo ihr Lieben, wir möchten euch heute einen ganz, ganz tollen neunjährigen Rüden vorstellen. Unseren Tommy, der ganz dringend ein neues Zuhause sucht. Tommy wurde von seinen Vorbesitzern einfach in dem Wohngebiet zurückgelassen. Tommy war bis auf die Knochen abgemagert und wäre fast gestorben an Unterernährung. Und Valentina konnte ihn wirklich noch im letzten Moment retten. Wie ihr seht, hat sich Tommy ganz, ganz toll erholt. Er ist ein sehr, sehr freundlicher, ruhiger und ausgeglichener Rüde. Wir denken, dass ein Labrador vielleicht da noch mit drin ist. Aber wie ihr sehen könnt, also gut, ich bin jetzt nicht so groß, aber er ist schon ein recht großer Hund. Wir suchen für Tommy ein tolles Zuhause, in dem er nochmal seine letzten Jahre verbringen kann. Er ist aber für sein Alter wirklich ausgesprochen aktiv, freundlich mit Artgenossen und würde sich deswegen auch sehr, sehr gut als Zweithund eignen. Tommy ist wirklich ein ganz aufgeschlossener und freundlicher Kerl. Fremden gegenüber auch sehr aufgeschlossen. Und wenn ihr euch jetzt in diesen wirklich wundervollen Hund, zeig dich mal, verliebt haben solltet, dann meldet euch gerne im Tierrefugium Hanau unter der 06181 9199089 oder schreibt eine Mail an info.tierrefugium.de. Also alle Labrador-Liebhaber da draußen, das ist wirklich ein absoluter Traumhund und mit Tommy bekommt ihr echt einen Freund fürs Leben. Meldet euch und schenkt diesem rüstigen Kerl ein neues Zuhause. Meldet euch und schenkt diesem rüstigen Kerl ein neues Zuhause.